Ich glaube, das ist momentan effektiver zu sieben, dass wir Diamanten bekommen. Boah, dauert das lange. Alter Verwalter. Ist das voll? Du wirst erlegen, ich nutze ein 64.000 AF. Ein Solar-Panel schon dafür, puh. Das ist schon nicht ohne. Das heißt, das ist erstmal Basic. Man kann aber die Gold-Pipes. Basic-Pipes. Und sie ist doch Gold drin, von mir. Das Ding auch. Das brauchen wir sowieso. Ui, 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 ui. Was hast du denn wieder? Hm? Was hast du denn schon wieder? Boah, nix. Kann ja so machen. Toll. Nur normales Glas. Ja. Ja. War klar, war klar. Nur normales Glas. Pissbierne. Hab ich nicht gesagt. Ja. Könnte ich da... Gott. Na ja, vielleicht reicht. Immer noch safe. Äh, da, 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 da. Du hast ja irgendwo eine Kiste nach? Von immer zu gleich. Warum? Warte, was gucken wollte. Klar, wie ne Kiste von der Messel. Wegen der Gierpresse. Ne Gierpresse? Ich hab keine Gierpresse. Meinst du wegen dem Buch oder was? Es gibt ne Gierpresse. Ich weiß, dass es ne Gierpresse gibt. Sicher. Ich glaub, dass es später... Obwohl, wir müssen ja Autocrafting. Können wir halt auch quarten lassen später. Ja. Wenn wir Gears brauchen. Okay, hat sie schon erledigt. Zack. Ah ne. So wird's sowieso nachher laufen. Hm, ja. Dann soll den Scheiß hier schon mal rausbuchen. Dann nimmst du gleich schon mal ein. Jo. Hm. Und hier reicht es mal. So. Dann kann er das rauspumpen hier. Okay. Zack. Ey, du musst ein paar Kisten sortieren allein für Bildkraft, dass ich die ganzen Pipes rauskriege mal überall verteilt. So scheiß. Was? Vielleicht noch. Hast du wenigstens die Zepka? Ja. Da oben ist hier oben Tin Gravel drin gewesen von Axel in Helo. Hast du Tin Gravel? Willst du schmelzen oder was? Ach so. Ich wundere mich gerade. Äh. Ich wundere mich gerade. Die auf Solar scheißt. Wo ist mein Buch? Mhm. Wo ist mein fucking Buch hingekommen? Wo ist scheißen? Habe ich nicht gesagt. Ich bin nicht Kacker. Erstmal das hier raus hier. Haut auch nur Platz. Ja. Hätten wir IC2 ne? Atomreaktor am Arsch. Pfff. Lass da laufen. Oh ne. Weiß nicht. Der Atomreaktor ist arschig. Ja. Einmal hoch. Pfff. Pfff. Ja. Mhm. Macht nix. Sollte der jetzt so bleiben wie immer bisher der Atomreaktor ist, hat sich nichts verändert. Ich habe zwei Bücher. Da drüber. Ich habe in einem steht sogar die Effizienz von 10 drinne. Klör. Ja. Wieder Schmalz. Pfff. Ich habe 40 Basic Pipes. Dann, wenn wir jetzt erstmal Unrouted Transport Pipes machen. Weil das sonst nicht wirklich viel mehr. Ist ja scheiß Tonal. Aber. Aber. Ich würde sagen, ich bin gleich wieder da, Leute. Denn du musst pissen. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Gut. Dann meinst du lange weiter. Ich suche jetzt mein Buch. Sonst muss ich ein neues erstellen. Er hätte auch mal wenigstens vom Server gehen können, der Affe. Danke. Das. Genau das wollte ich gerade. Ah. Jetzt geht er nicht vom Server. Na. Ist aber doch. Okay. Wer das Buch sieht, sagt hier. Hahaha. Fuck ey. Ekelhaft. Ja gut. Zendus kümmert sich hinten. Dann bräuch ich mich ja um gar nichts kümmern da. Der lagert Knallkopf. Ach. Wisst ihr was? Wir bauen uns ein neues. Ich finde es nicht. Ich finde das Buch nicht mehr. Was kostet ein Hebel und ein Buch? Ja. Okay. Na, wenn ich es gebaut habe, finde ich es sowieso wieder. Wir haben nichts neues. Bücher haben wir glaube ich noch hier. Dann gehört er mich auch nicht labern. Das ist gerade clever. Bin ich ein bisschen faul drin. So. Immer sehr. Wir buchen. Wir wollen auf Update News. Oh interessant. Ich komme mit rechts zurück. Nein. Wir müssen Constructions. Multi-Block Constructions. Ne. Tanks können wir bauen. Ich frage mich auf welchem Block. Und wenn es ein Cheat-Metall-Block. Okay. Tanks in Silos. Silos. A lot of items. Poh! 41.400. Kippe zu nur 24 Chests. Ist natürlich mal lustig. Und das Tank. So Leute. Der bin ich wieder. Hey. Der ist nicht. Nix oder. Der ist schon da. warum hast du dich gemütet? eh das ist natürlich auch geil wir hören wir einen komischen flash den wirco ertragen mussten da ist der withholden der cheat metal block ich hab grad gesehen man kann tanks bauen bei immersiv der eine kann 512 buckets speichern und dann gibt es noch ein silo das kann 41 1472 items speichern ich glaube anderthalb sechs anwalt reichen dass man bin ich hoffen blueprints in work benches die brauchen wir nicht brauchen wir die dann brauchen wir einen ballon und hier es gab es ein anderes rezept stonegears heavy machine ja das gut den brauchen wir brauchen aber noch nicht die patten maschinen wasser den blast quascha geht denn über den biodiesel den bauern war sieben stück nur davon und das wird teurer gemacht ekelhaft ne vorher kostet es 32 steel scaffoldings jetzt kostet es noch 24 shields metallblocks zettel und stift ja davon ach mal auf dem mausbett um schreibt ist das schon ein bisschen komisch light engineering block und 24 cheatblocks ja und dreimal heavy man halt auch gleich habe dabei du bitte das liegt den ostern wir brauchen noch crafting table brauchen wir noch so sieben und kraftig logistik präpsen fertig zwei 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 aber zwei mal die einheit erreicht Eins hat gereicht Ähm, ja Melon, Sugarcans, Apple und Potatoes Apple haben wir, die können wir auch noch nicht verbraten Gut 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Logistik Inventory System Connected Connected Tanks Logistik Network together Over a shared inventory Lohnen sich Tanks Usain Bolt Usain Bolt Usain Bolt Und du bist so ein Schwein Nö Hallo Hallo Ne Was machen sie denn hier? Gar nichts Okay Eisen Clown Das macht er Genau Genau Ich hab's genau gesehen Hast du gar nicht Doch Nein Sicher Äh Request Das brauche ich Das brauche ich Ich brauche Iron Pipes Ich hab' Ich hab' Ich hab' Gehen davon Das reicht Gehen da hin Gehen da hin Binder Gehen da hin Blablablabla Whetstone Haben wir Wir haben Blablabla Blablabla Ja Ey du Dreck-Sau Was denn? Beherrsch dich doch mal Ne Alte Spot-Sauchen